Willkommen zurück zu Kaizo Mario World. Wie ihr seht, habe ich das jetzt geschafft. Yeah! Safe State! Gut, das sieht aus, als wäre der große Mario nicht erwünscht. Ach, das kann ja immer wieder heiter werden. Machen wir es direkt so. Hau ruck! Okay, ich fühle mich ein bisschen außer Form. Och nö, auch das noch! Sag mir, ihr seid doch nicht mehr ihr Liebenentwickler. Ja, da muss man erst so schnell reagieren. Wenn ich da hinten sehe, was da für ein Porno abgeht. Ey, hallo! Müsst ihr euch mal reinziehen, was da hinten schon wieder los ist. Ja, eigentlich mag ich diese Plattform, ja? Boah! Ey, ich wette, da muss man den da kriegen und dann auf den und den und den und generell... Oh, Mann, ey! Wollen wir es mal auschecken? Ja, klar! Ey, wisst ihr, was hier verlangt wird? Ihr wisst es sicherlich. Ich weiß es nicht. Ich werde es jetzt grausam kennenlernen. Oh, nee. Nee. Moment, jetzt bin ich aber auch gerade ein bisschen schlecht. Moment, ich muss mich nur kurz ein bisschen frei machen. Ich muss mich... Die positive Aura... Okay, lassen wir das. Es gibt keine Ausreden. Hier, es fängt Schuizzo-Scheiße in meinem Zimmer. Deswegen habe ich hier so wenig Glück. Jetzt spring doch mal wenigstens da drauf. Okay. Oha. Was für ein Sprung ist denn jetzt hier erforderlich? Boah, alter, alter Falterverwalter. Upsa! Nebsa! Nebsa! Was ist hier gefeiert? Hallo? Das nimmt ja grausame Züge an. Also ich habe Leute gefragt, wie lange das Spiel überhaupt noch geht. Und nach dieser Bowser-Welt kommen noch die Sternen-Road. Und wenn ich daran denke, kriege ich es mit Angst. Aber hallo. Wie soll man das denn schaffen? Hau rück. Hau rück. Hau rück. Hau rück. Und das singt die schon wieder. Es ist doch nicht mehr normal. Oh my bullshit. Und hebs. Und hebs. Und hebs. Ich setze hier extra keine Save-States. Weil ich halt schon denke, ich vermassle das. Hier wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, Save-States zu setzen. Okay, wenn ich es wieder hinkriege soweit, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ne, das war kacke. Das war kacke. Okay, immerhin. Ich mache es mal auf normale Geschwindigkeit. Ich will ja mich nicht so festlegen auf immer nur. Das sieht gleich noch kranker aus. Genau an den richtigen Zeitpunkt erwischen, um Runter zu sprengen. Der Sprung sieht irgendwie... Moment, was ist das denn? Wir müssen den da oben aktivieren, dann wieder runter. Nee. Okay, mach mal... Mach mal Alarm-Arsch-Modus. Boah. Jetzt wird es aber mir zu bunt. Leute, als ich das Spiel angefangen habe, wusste ich, das ist krank. Aber krank ist ja kein Ausdruck mehr. Na gut. Ich spiele es ja auch noch mit Zeit-Dingsbums, also hier Zeitraffer. Also irgendwie... Das ist nicht mal normal. Okay, gut, der Save-State. Der Save-State ist gut gesetzt. Das muss man sagen. Ah, so wird es gemacht. Nur so ein bisschen anzupfen. Ihr seid doch... Alter, und da geht es direkt weiter. Nicht mal eine Millisekunde zum Verschnaufen. Ich habe das Gefühl, das wird noch kranker. Oh, nee, ich bin auch so blöd und schaff das nicht. Ich bin auch so blöd wie... Wie? Nein, auch das noch. Ach, du... Oh, nee. Das ist klar. Oh, nee. Oh, nee. Okay, Mann, Gott. Also ich glaube, das springt jetzt alles bisher da gewesen, ne? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. So wird's gemacht. Nee. Rewind, bitte. Das kann doch nicht mehr klappen. Nein. Das tut ihr mir nicht an. Mach mal auf. Keine Chance. Ich komme auch nirgendwo wieder hoch oder so, ne? Pass mal auf. Vielleicht gibt's da noch so ein Pixel. Aber das ist... Ja, so fast. Ne, es sieht aussichtslos aus. Ich habe aber kein Nerv, das bislang... Ich probiere mal was anderes. Ich probiere es erstmal da oben hin. Auch wenn ich sicher bin, dass die Assis da dran gedacht haben. Ja, noch ein Stück höher. Die haben an alles gedacht. Vielleicht kriegst du es so hin. Und was da schon wieder los ist, hey. Moment. Erstmal wollen wir versuchen, nach oben zu kommen. Indem wir das so machen. Ach, keine Chance, keine Chance, Leute. So. Und jetzt wollen wir versuchen, da so knapp wie es geht, rein zu jumpen. Vielleicht ist da sogar noch was möglich. Es ist so... Ach, sch... Knapp. Und ich sage euch was, es geht nicht mehr. Das geht nicht mehr, Freunde. Nee, ihr seht's, es geht nicht mehr. Verdammt. Äh, nochmal? Hahaha. Ja, so siehst du aus. So siehst du aus. So siehst du aus. So siehst du aus. Komm, Maus, 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 Maus. Äh, Pik. Äh, ja. Ganz klar. Pik. Pik. Pik dich. Pik dich. Pik dich, Mann! Äh. Nein. Was ist das schon wieder? Ach, das ist die Assi-Stelle hier? Ach, ihr könnt mich doch alle mal. Ich spiele es offscreen, auch wenn es schon wieder ein anderer Tag ist, nach 10 Minuten. Tschüss! So Leute, diesmal stehen die Zeichen ein bisschen besser. Unten rechts seht ihr die Plattform, die uns so geärgert hat. Und mal sehen, ob wir das so hinbekommen. Super Einstand! Da setze ich mal in Safe State. Und ihr seht, diesmal habe ich ein bisschen besser die Sache gemacht. Ich habe beim ersten Mal zu lang gezögert. Ganz einfach. Und es hat geklappt. So! Das war auch schon die ganze Kunst. Weiter geht's im Text. Und der könnte mich ärgern. Er tut's! Er tut mich ärgern. Zweifelsohne. So ein Sack! Nee, oder? Oh! Kann diese Plattform sich nicht mal ein bisschen beeilen? So. Chuck Norris ist der Größte. Das war's auch schon. Wir hätten Probleme mit so einem lächerlichen Level. Ist ja unglaublich. Okay, Freunde. Bowsers Schloss. Ob das mal nicht super toll ist. Wir können schon mal ein bisschen damit anfangen. Sollte ich Angst haben? Wahrscheinlich schon. Hallo! ... Ausrufezeichen. Ach so, wenn das so ist. Oh, nee. Hieß klar. Äh, wir müssen. Ah, das war perfekt. Das hingegen nicht. Wir müssen die perfekte Stelle rausfinden. Und zwar lassen wir das Ding jetzt einmal rumgehen. Nochmal Safe Stage. Ah, doch so ist es gut machbar, denke ich. Meine Güte! Pass auf. Regeländerung. Nee, das geht so nicht. Boah! Äh, Moment, Moment, Moment. Ah, ich will jetzt die Renntaste, bloß die Spin-Taste. Meine Güte. Ah, okay, es klappt so in etwa. Pass mal auf. Juhu! Oh, Mann, ey! Nichts für schwache Nerven! Aber so weit, so gut! Hallo, Freunde! Ah, ich hab das schon irgendwie erkannt. Nee, oder? Nee, warte, wir machen das mal so. Nee. Hau, Ruck! Hau, Ruck! Hau, Ruck! Hau, Ruck! Hau, die Mama! Hau, die Mama! Verdammter Mist! Hey, Felsblock! Deine Mutter! Ja! Schütikowski! Ah, das war jetzt blöd. Hurra! Nein! Er kommt nie wieder! Er stirbt! Ist euch das bewusst? Warte mal. Ha! 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 Oh, Mann, ey! Was eine Aufgabe! Was verlangen die von einem? Das da! Und nicht mehr! Und nicht weniger! Duf, 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 duf! Was darf denn da sein? Ja, Kaka und Rai! Das sah cool aus, was? Das machen wir grad nochmal! Und zwar am Anfang des nächsten Parts! Oh, Mann, Leute! Das wird ein Vergnügen! Ich freu mich auf Bowser! Bis zum nächsten Part! Und ciao!